ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play mafia 3 wir machen wir weiter mit der nächsten mission uns fehlen noch circa 19.500 dann hätten wir die nächsten fertig die erpresser kurierer noch befragen das machen wir jetzt auch weiter auf jeden fall wir fangen an alle stellen markiert okay das ist gut 80 meter relativ fix und vor den hilfe aber unsere dafür müssen wir geld einsammeln also nicht eingaben einsammeln sondern einsammeln lassen das war nicht geplant so eigentlich war die plan des was von dem geld loswerden etwas geduld bin sofort da scheiße 3000 für nichts ausgegeben sorry leute gewehr gehen so wir könnten theoretisch ich hoffe dass die mitkommen werden oder sogar kurier wir sind nur kurierer momentan ein eigentlich war ein anderer plan kommt jetzt war das was mit dem fahrzeug sein wir holen nämlich nur wir machen das anders diesmal wir haben genug kuriere die in der innenstadt muss ein ziel weg auf die in der straßen alles klar wir kommen gleich rüber ist ein freundchen dreck ich rufe die polizei weiter so wir schaffen sie das war natürlich jetzt nicht der plan an der sache probleme mit dem kopf jetzt mittlerweile das ist natürlich jetzt in den formanten holen ok die soll da hinten jetzt in ruhe erstmal ihren scheiß machen hier bekommt man uns hier oben um den flüchtenden und streifendienst wieder aufnehmen und streifendienst wieder aufnehmen ich wiederhole verfolgung beenden suche abbrechen und streifendienst wieder aufnehmen so wir sind der miss weil er die geht das mal wieder kriegen ja erledige die keller der auftragskiller als anführer eines vergängers kommande so lange die ich verließe das kann man nicht auf ihre die ziel jahre ja es war mir so klar dass ich die vollidioten da noch einmischen ich hatte den typen gerade schon an der backe und dann kommen die doch mal und mein nur kaum wir können ihn auch schnell überfahren den brauchen wir nämlich nicht mehr ja was für eine kacke jetzt aber natürlich verfolgt man man das ist natürlich wieder laden muss ich wieder nochmal neu machen warum war ich dann direkt tot gut dass ich nicht nur 31 dollar verloren habe jetzt muss ich natürlich wieder die komplette strecke fahren mal kann und natürlich wird es natürlich richtig ja gar nicht gerade weil wir langsam nehme ich jetzt auch schon auf die pelle rücken also viel haben wir ja auch nicht mehr so ich habe gerade vier leute sonst wo ich immer noch alle liegen müssen wir sind jetzt schon wieder jetzt in kurieren folgen das ist ja der typ zum quatschen die Was sind denn die Zeuge? So, jetzt möchte ich den natürlich holen. So, ich befrage mal kurz eben. Das würde ich auch genüssen. Na klar. Aber ich gönne uns. So, der gehört auch zu uns mittlerweile. Ich nehme mal die 800, die wir hier noch rumliegen haben. Gut, da rein müssen wir jetzt erstmal nicht mehr. So, die Munition nehme ich mit. So, wunderbar. So, die Waffe stecken wir mal weg. Da brauchen wir nämlich nicht irgendwie unnötig Ärger machen. Weil wir uns tatsächlich jetzt das nächste Ding nehmen. Würde ich sagen. Äh, ja. Kann ich da nicht rüber? Kann ich nicht anscheinend, oder? Oder kann ich da ruhig? Moment. Das wäre doch einfach nicht. Das wäre doch einfach nicht. Nein. Verdammt. Ah, Mann. Okay. Dann brauchen wir doch ein Auto. Da brauchen wir noch ein Auto. Ähm, ja. Gut. Gut, dass der Zeuge sich dann nachher noch einer zu überlegt hat. Die Kostadt die Kopf zu rufen. Wir lassen es gerade mal so sein. Guck mal wahr. Warte, Jungs. So. Ich stehe, Frank ist Erpresserbeute. Na ja, gehen wir mal in den Sack. Dann gehen wir da jetzt hin. Und holen uns die Erpresserbeute. Ich muss auch so ein bisschen auf die Zeit achten. Zwischendurch. Weil ich will ja nur die Folgen so zwischen 15 und 20 Minuten nur noch lange machen. Auch bei den laufenden Let's Plays, wie geht zum Beispiel Let's Meteor Action los, versuche ich halt auch in diese Richtung zu gehen der Zeit. Äh, weil, ja. So kann ich ein bisschen in größerer Zeit mehr, mehr raushauen. So. Der soll da oben irgendwo rumlaufen. Okay, wie soll ich ihn da hoch? Wie gesagt, den Kurier, den lassen wir jetzt gerade mal außen vor. Da werden wir noch genug von kriegen. Du weißt schon, dass wir die Ersten auf dem Morgen sind. Dann brauchen wir jetzt wirklich unsere Freundin. Zack. Weil wir das könnten. Na klar. Bin gleich da. Komm. Die sollen wir jetzt da reinräumen. Was ich am wenigsten vermisse ist Schnee. Klar, er ist schön etwa einen Tag lang. Aber selbst wenn ich mir erst am St. Klimmerland... Oh, das sind keine Feinde. Nimm den Arsch runter, Vollidiot! Sicher. Barbieri ist unter der Erde, aber seine blöde Radio-Werbung müssen wir weiter ertragen. Sind die nur da lang? Gar lang. Die arbeiten sich jetzt... Die arbeiten sich jetzt gerade mal schön da durch. Ja, ich hab ihn getroffen! Verdammt, ich hab ihn getroffen! Das habt ihr doch auch gehört! Ich will nicht sterben! Ich hab ein Alligaltorger. So stirbst du! Wie geht's jetzt noch? Lass es uns verraten! Ich hab deine Leiche festen und siehst! Hier! Ah! Das hat dein Wegezell! Oh! 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 So, haben die jetzt auch... Was ist das denn hier? So, bis wurde der jetzt irgendwie unnötig. Jetzt wird der jetzt unnötig ärgermass. Gut, unsere Freunde haben wir aufgeräumt. Das heißt, ich muss wahrscheinlich der Rohr irgendwie. Führe ich dir nicht durch? Nee, ich komme da nicht durch, okay. Was war denn? Keiner hat ihn gesehen? Scheiße. Gut, dass ich schneller gezielen konnte als du. Da kommt der nächste. So. 3.000 Dollar nehmen. Mit die Bild, das Bild hier mitnehmen. Kohle auf jeden Fall nehmen. Das liegt aufs Geld, okay. Ist auch nur 800 Dollar, ja? Wir haben nur noch 12.500. Also wir haben noch ein bisschen was zu holen. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um den... Oder auch nicht. So, die haben wir auch geholt, die Beute. Wir haben sogar die Schadenzumme erreicht. Äh, ja. Gut. Gut, dann haben wir das auch soweit. Sind das immer noch unsere Freunde oder so, dass hier... Aber was schießt denn der da unten? Man soll ja mal machen. Gut. Gut. Ja. Aber wir haben, glaube ich, alle gerade weggeruht. Auf Wiedersehen. Gut, wir haben ein bisschen Nachschub geholt an den Leuten. So, dann gucken wir uns noch die Kohle. Holen wir uns die Kohle da oben noch. Falls da noch irgendwas ist. So, Munition mal mitnehmen. Jetzt müssen wir sie auffüllen. Und die 800 Dollar, die nehme ich da auch gerne noch mit. Allerdings müsste noch weiteres Geld unten liegen. Sorry, wie gesagt, ich bin da eher etwas gründlicher. Wenn ich da Möglichkeit habe. Hier ist das Geld. Das waren auch wieder 500 Dollar. Wie gesagt, ich bin da halt, wie gesagt, nochmal, ich bin ein Fan davon, wie gesagt, aufzuräumen. Also komplett und gründlich aufzuräumen. Und Geld ist immer gut. Wie gesagt, das waren wir mal ein paar tausend Dollar, die war hier im Kurs. So, da liegt auch noch Geld drin in dem Raum. Die Frage ist, wie komme ich da ran? Also, ich will, wie gesagt, ich will dann das Geld und nicht wegen den Typen da rein. Wie gesagt, ich will dann das Geld und nicht wegen den Typen da rein. Hä? Gucke ich da nicht rein? Also es ist ja hier diese Tür, ne? Ah, Scheiße. Ich hab gar nicht die Kohle gehabt, die da drin liegt. Verdammt. Munition auf jeden Fall mitnehmen. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Hier. Das hier ist nur ein Erste-Hilfe-Set. Okay, das da oben ist. Da hat das Geld. Wo ich scheinbar nicht dran komme. Liegt vor allem noch eine Notiz. Notiz lesen. Äh, Vöcke, ich bin nicht sechs Jahre aufs College gegangen, um dann in der Sauna Spermaflecken vom Boden zu kratzen. Dieser Gestank klebt von mir nicht an einem. Du musst schnellstens jemand anderen finden. Der ist erledigt. Oder ich bin weg hier. Roger. Ja. Wollen wir das wirklich wissen? Also, wie gesagt, sorry, dass ich euch das oben jetzt gerade gezeigt habe. Also, dass es nichts Schlimmes, wie gesagt. Um Gottes Willen. Jeder soll sogar neben dem, dem er Lust und Laune hat. So. Also, das sollt ihr bitte jetzt nicht falsch verstehen. Irgendwie. Ich finde das weder eklig noch sonst irgendwas. Sondern einfach nur gerade, ja, unfassend. Ähm, naja. Wie gesagt, ich dachte einfach mal. Einfach nichts zu mir. Ich habe auch kein Problem mit. So. Ich möchte da auch jetzt nichts zu sagen. Äh, gut. Wir suchen weiterhin die Kohle. Hier ist natürlich wieder Geld auf dem Klo. Das sind auch wieder 500 Dollar, die wir mal eben kurz mitgenommen haben. Und wie zur Hölle komme ich jetzt hier raus? So, Frage beantwortet. Frage beantwortet. So, Waffen wegstecken. Gut. Und den letzten Teil sehen wir dann im nächsten Part bei Let's Play Mafia 3.